Und zurück zu Let's Play Clash of Clans Folge 9, weil ich mich nicht irre. Ich bin gerade eben schon wieder angegriffen worden. So langsam komme ich nie auf meine 2,68 Millionen. Und ja, ich würde sagen, schauen wir uns gerade mal noch eine Verteidigung an. Mit Golem und Pekka. Greift hier von oben mit den Golems an. Schickt seine Magie hinterher. Dann die Moorpüche, die es aber doch einer hat es geschafft an die Moorpüche zu kommen. Und die die Pekka habe ich gar keine Chance. Und ja. Jetzt seine Mitte. Ich hätte den Wuhlzauber ein bisschen später gezündet. Hier kommen noch meine Clan-Trippen. Die ist aber auch nicht mehr weit scharfen. Jetzt hat er seine Bogenschützenkönigin getündet. Was ich auch ein bisschen unnötig finde, weil er seine Bogenschützenkönigin auch scheinbar keinen Schaden gekriegt hat. Aber egal. So, jetzt läuft sein Golem direkt in meine Riesenbombe rein. Gibt der mir 100%? Bin mir nicht ganz sicher. Mal ein bisschen vorspulen. Ich glaube schon. Wenn die Zeit... Nein, ich glaube nicht, dass die Zeit noch dafür reicht. Zwei Sterne auf jeden Fall jetzt. Das ist halt der Nachteil von den Pekka's und Golems. Dass sie ziemlich langsam sind, aber ziemlich viel einstecken. Und ja. So, habe ich noch einen guten Angriff gemacht gestern. Ach, die kann man sich allwieder nicht anschauen. Genau bei den guten, egal. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, was dafür auszugeben. Also, was mein Geld für die Luftabwehr. Weil, ähm... Ich gestern einfach nicht mehr geschafft habe, auf die 2,68 Millionen zu kommen. Ähm... Bin die ganze Zeit vorher angegriffen worden mit, ähm... Hier zum Beispiel mit dem Guinness, wo ich gerade gezeigt habe. Man hat immer 100.000, 200.000. Dann wieder 200.000, dann wieder 100.000, wieder 200.000. Also, ich bin nicht auf mein... Aufs Geld gekommen. Deswegen mache ich jetzt auch die... Die Dinger hoch, die, ähm... Luftabwehr. Ähm... Was sollen wir? Ja, komm, haben wir die letzte Luftabwehr gerade auch noch dran. Und ja. Dann habe ich die Luftabwehr auf 4. Ja, genau. Ähm... Würde ich sagen, machen wir gerade noch einen Angriff. Wir finden uns auf jeden Fall. Um einen zu finden. Mit ein bisschen dunklem. Ich glaube, es ist zwar nicht, weil dann könnte man auch die Lakaien auf Level 3 bringen. Die sind auch nicht so ganz schlecht. Ach, der hat ja 500. 700 Dunkles. Alles hier. Ach, komm, schaffen wir es bis dahin? Ähm... 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 Ja... Ich... Denke mal schon... Ich denke mal schon, dass wir jetzt bin ich nicht mehr zu schaffen. Ich hoffe es mal. Wir haben hier immer Angriffswelle für Angriffswelle. Warten bis hier ins Innere eingedrungen sind für unsere Heelswelle und Wutzauber. So, Heelswelle da. Und wenn sie sich jetzt nicht ganz blöde anstellen. Genau. Gut, Zauber jetzt da. Und jetzt schön aufs Dunkle drauf, genau. So, Ziel ist erreicht. Nehmen wir noch ein bisschen Gold mit. Schaffen wir die 50% noch eigentlich locker, oder? Oder auch nicht, ja. Mal wieder super gelaufen, aber egal, 7h und der Dunkle ist. Ähm... War schon okay, aber... Dann würde ich sagen, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal. Tschau. Untertitelung.